Fortuna Düsseldorf Er bezog sich damit direkt auf den FC Bayern München, der zum sechsten Mal in Serie Meister geworden ist. Punkt. 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 Wenn ein Markt irgendwann nicht mehr funktioniere, weil ein oder mehrere Player zu groß geworden sind, müsse man über Regulierungen nachdenken. Punkt. 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 Die Differenz bei der Grundverteilung der nationalen TV-Gelder zwischen Mittelfeld und Spitze müsste verändert werden. Es müssten breitere Mindesterlöse und eine breitere Basis sein. In der Spitze müsste es im Verhältnis weniger werden, forderte Schäfer. Wir. Punkt. 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 müssen Mittel schaffen, die den Vereinen im Mittelfeld zur Verfügung gestellt werden, die dann mit diesen Geldern viel mehr anfangen können als die Spitze. Fortuna Düsseldorf spielt in der kommenden Saison erstmals seit 2012 Dreizehntel erstklassig. Punkt. 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 Punkt.